Richtige Prinzessin ist keine Schwindlerin, sie ist eine Prinzessin, obwohl sie eine Gänsewagd ist. Aber die andere Prinzessin ist keine Prinzessin, sondern zu... Herr Schaf, das ist der springende Punkt. Der springende Punkt, ihr Witzbeute, ist, könnt ihr das beweisen? Ein Faller da kann es. Ihr habt alles mit eigenen Augen an gesehen. Wer ist Faller da? Ach, das ist doch das sprechende Pferd, das wir vorhin schon erlebt haben. Ein sprechendes Pferd? Jetzt reicht's mir aber, ihr Dummschwätzer. Ja, äh, dieses sprechende Pferd will ich auf der Stelle sehen. Und hoffentlich habt ihr die Wahrheit gesagt. Wenn nicht, werdet ihr alle beide noch heute einen Kopf kürzer gemacht. Ja, was ist denn hier passiert? Also, wo steckt es denn, euer sprechendes Pferd? Ähm, äh, 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 sieht ganz so aus, als sei der Vogel ausgeflogen. Ich verstehe. Also, euer Pferd kann nicht nur sprechen, es kann jetzt sogar auch noch fliegen, bieten. Sagt mal, wofür haltet ihr mich? Wache! Ah! 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 Vielen Dank.